Leute, Christian Solmecke guckt schon ernst, denn es geht um die Rammstein-Thematik. Vor fünf Stunden geuploadet, Bruder, 62.000 Aufrufe schon, hat Shelby Lynn gelogen. Lindemanns Anwälte äußern sich, Anwalt Christian Solmecke. Wir haben diese Thematik schon bei Anwalt Boos gehört, beziehungsweise gesehen. Mich interessiert aber nochmal seine Meinung, also von Christian Solmecke. 24 Minuten, Triggerwarnung an der Stelle, es geht halt auch leider wieder um Missbrauch. und von daher nicht für jeden geeignet, Triggerwarnung an der Stelle, wir gehen da trotzdem rein, Abfahrt. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da hat die Band Rammstein ein Konzert im litauischen Vilnius gegeben, was hohe Wellen geschlagen hat. Hintergrund war, dass die Nordirin Shelby Lynn im Nachgang zu diesem Konzert mit blauen Flecken aufgewacht ist und mehr oder weniger durch die Blume gesagt hat, sie sei mit K.O.-Tropfen versetzt worden und wüsste nicht mehr, was dann alles so passiert sei. Ihr wisst, dass die Medien das Ganze groß aufgebracht haben in Deutschland, dass alle Ermittlungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann eingestellt worden sind. Jetzt bringen die Anwälte von Till Lindemann neue Erkenntnisse ans Licht über Shelby Lynn. Und zeitgleich gibt es einen riesigen Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und von der Süddeutschen, der alles noch einmal aufdeckt mit Originaltönen von Shelby Lynn und da widersprechen. Oh, 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 ich hoffe, ich hoffe, das zeigt er in seinem Video. Das wäre nämlich eine neue Information, die wir bei Rechtsanwalt Boos nicht bekommen haben. Originalaufnahmen von so einem Podcast oder was? Okay, hat der Podcast gerade gesagt? ...sich die beiden und das alles, während die große Deutschland-Tournee in Dresden jetzt gerade gestartet ist. In Dresden übrigens, da gab es auch ein paar Neuigkeiten. Es gab Untersuchungen von 1.000 Rammstein-Mitarbeitern, wenn man so will, rund um das Konzert. Es gab Ärger wegen zu hohem Lärm, angeblich zu hohem Lärm. Wir werfen da mal einen gleichen Blick drauf. Und vor allen Dingen schauen wir auf den Zwist zwischen Shelby Lynn und den Anwälten von Rammstein beziehungsweise den Anwälten von Till Lindemann, Scherz-Bergmann. Genau, die Anwälte von dem Lindemann heißen Scherz und wie... Ich kann mir nichts mehr merken heute. Ich habe ein bisschen Brain-Lack gerade. Den Anwälten von Rammstein beziehungsweise den Anwälten von Till Lindemann, Scherz-Bergmann. Scherz-Bergmann, genau. Wann Verdachtsbereicherungserstattung möglich ist, wir haben auch darüber berichtet, dass alle Strafverfahren gegen Till Lindemann in Deutschland und in Litauen eingestellt worden sind. Hintergrund waren ja Vorwürfe, dass Frauen behauptet haben, sie seien mit K.O.-Tropfen in einem mehr oder weniger bewusstlosen Zustand bei Aftershow-Partys versetzt worden und dann zu sexuellen Handlungen nicht gezwungen worden, aber verleitet worden und sie seien nicht mehr beim vollen Bewusstsein gewesen. In Europa hat das die Nordirin Shelby Lynn nach einem Konzert in Litauen öffentlich gemacht und auch die deutsche YouTuberin Kayla Scheix hat über ihre Erfahrungen berichtet und damit große Wellen geschlagen. Jetzt gibt es allerdings neueste Erkenntnisse. Scherz-Bergmann ist eine bekannte Medienrechtskanzlei, die unter anderem auch das Privatleben von Günter Jauch aus den Medien raushält. Boah, krass, krass. Ich finde es sehr beeindruckend, dass so Menschen wie Günter Jauch sehr privat leben können, obwohl sie so bekannt sind. Und das Gleiche trifft auch auf zum Beispiel Stefan Raab zu, über den man ja ein bisschen was weiß, aber faktisch auch kaum was Privates. Das finde ich sehr krass, wie das funktioniert. Aber scheinbar leisten die Anwälte gute Arbeit. Das ist die Tagesschau, jetzt berichtet, kein Ende der Show heißt das Ganze. Das ist der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche haben hier zusammen nochmal ermittelt und alles nochmal aufgedröselt. Es geht um Machtmissbrauch und Sex. Währenddessen allerdings macht Rammstein weiter. In Dresden vier Konzerte aktuell. Wir werfen mal einen Blick rein. Auf Twitter ist der Löwe los. 200.000 Menschen haben diese vier Konzerte in Dresden besucht. Und ihr seht, es qualmte dort in den letzten Tagen, beziehungsweise jetzt vor ein paar Stunden. Das sind ganz aktuelle Aufnahmen, ganz gewaltig. Und ging natürlich Rammstein-mäßig ordentlich ab. Es ist nicht so, dass jetzt unter dem Hashtag Rammstein irgendwelche Vorwürfe gemacht werden. Also die Thematik Grund um Rammstein ist sehr, sehr sensibel zu betrachten. Und ich finde aber auch, man sollte unterscheiden zwischen der Musik und den Taten, die da im Raum stehen. Weil die Musik, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang diese Musik irgendwie gefeiert, weil ich sie cool fand. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich Till Lindemann, beziehungsweise die Taten, die da passiert sein sollen, toleriere. Selbstverständlich werde ich es nicht tun. Ich finde es echt schlimm. Und ich glaube, diese Fälle von Machtmissbrauch gab es. Aber in diesem Fall Shelby Lynn ist es halt sehr fragwürdig. Weil sie hat ja irgendwie ausgesagt, dass ihr das Gleiche angetan worden ist, wie vielen anderen Frauen in Deutschland, bei Deutschlandkonzerten. Es kam aber mit der Zeit heraus, dass vieles nicht belegt werden konnte. Und noch schlimmer, sie hat sogar an vielen Stellen gelogen und nicht mit der Polizei kooperiert. Aber das ist ein ganz sehr, sehr komplexer Fall. Und ich finde, man muss einfach, naja, die Musik so ein bisschen außen vor lassen. Man kann die Musik feiern, aber gleichzeitig den Typen scheiße finden. Meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das muss man schon unterschiedlich betrachten. Hier also wird das Konzert gefeiert und offenbar eine Bewohnerin in Dresden sieht, wie Rammstein da die Arena flambiert. Also von Weitem sieht es aus, wenn dann großer Feuereinsatz notwendig wäre. Dass im Vorfeld dieses Konzertes allerdings große Razzien durchgeführt worden sind von Zollfahndern. Das haben jetzt heute die Zeitungen drin. Vor dem Rammstein-Konzert kamen die Zollfahnder. Was ist da passiert? Rund 1300 Beschäftigte aus 70 Firmen, so ein Konzert ist ja eine Riesennummer, wurden auf Schwarzarbeit kontrolliert. 400 Leute sollen jetzt nochmal genauer untersucht werden. Ja, so weit, so wie normal hat Rammstein jetzt erstmal weniger mit zu tun. Till Lindemann hier auf seiner Peniskanone wie gewohnt bei den Konzerten. Ganz schön provokativ, muss man natürlich sagen, nach den Vorwürfen. Aber das ist ja sein Style. Dann wird darüber berichtet, dass Rammstein eventuell zu laut war in Dresden. Die Stadt wehrt sich dagegen und sagt, nix da, die war nicht so laut. Und dann gibt es von der TU Dresden Leute, die sagen, naja, je nach Windverhältnissen kann es natürlich passieren, dass das dann nur so laut wirkte. Also auch da keine Gefahr. Wobei manche auch sagen, ja, imagine du wohnst neben so einer Veranstaltungshalle oder so und beschwerst dich dann, dass es ab und zu mal laut ist. Also, das ist ja richtig lost. Ja, für die Vögel war es vielleicht doch eine Gefahr und zu laut. Das ist aber nur das kleine Vorgeplänkel inklusive Fankritik an der Sicherheitszone. Dann wurden bei den nächsten beiden Konzerten noch mehr Ausgänge eingeführt, weil es wohl zu eng war. Aber was ja tatsächlich die meisten wirklich interessiert, was ist mit den Vorwürfen rund um Till Lindemann, dass er angeblich irgendwelchen Fans K.O.-Tropfen verabreicht oder Leute aus dem Rammstein-Umfeld diese K.O.-Tropfen verabreichen, nur damit dann Sex mit Till Lindemann gemacht werden kann. Und da haben die Anwälte... Ganz brutal. Also ganz, ganz, ganz brutal. Und dieser Fall, der jetzt behandelt wird, Shelby Lynn, ist eine Ausnahme, Chad. Wo man belegen konnte, dass das vielleicht nicht so war. Das heißt aber nicht zeitgleich auch, dass alle anderen Opfer, die wirklich diese Erfahrung gemacht haben, auch gelogen haben. Das ist nämlich jetzt genau der Rattenschwanz, der da dran hängt, weil diese Shelby Lynn, die scheißt auf alles und jeden, der da echt negative Erfahrungen gemacht hat. Weil sie ist zu 99,9% eine Trittbrettfahrerin, die einfach nur mitmachen wollte, um Geld abzustauben. Und das ist halt echt krass. Und das stellt alle Opfer in den Schatten, die da wirklich bis heute mit zu kämpfen haben. Das müssen wir auch bedenken. Und Till Lindemann jetzt neueste Erkenntnisse aus einem Verfahren von Litauen veröffentlicht. Das zeige ich euch. Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Und zufällig ist parallel auch ein Podcast erschienen. In der ARD-Mediathek ist der abrufbar. Vier Teile, fast jeder Teil eine Stunde, also sehr ausführlich. Alles nochmal von damals aufgedeckt plus O-Töne der einzelnen Betroffenen. Also wirklich spannend zu hören, muss ich sagen. Aus dem Podcast zeige ich euch ein paar Teile, weil sich das nicht so ganz matcht mit der Pressemitteilung, die jetzt ganz aktuell Scherz Bergmann, also die Anwälte, rausgegeben haben von Till Lindemann. Gehen wir auf alles genau gleich ein für euch. Aber vielleicht noch der Hinweis, es gibt jetzt direkt Geld zu verdienen beim Twitter-Datenleck. Wenn ihr betroffen seid, da könnt ihr Geld abstauben. Macht das gerne über die Kanzlei WBS. Habe ich persönlich sogar auch gemacht. Kann ich euch nur empfehlen. Lindemann jetzt dieses Posting hier von Scherz Bergmann. Presseerklärung. Ermittlungsunterlagen der Polizei in Vilnius, Litauen, liefern neue Erkenntnisse, die den Vorwurf der Nordiren Schelbilin bei Rammstein-Konzert in Vilnius gespiked worden zu sein. Da Bernd heißt, mehr Opfer als Shelby haben sich doch gar nicht gemeldet. What? Klar, in Deutschland gab es eine Reihe von Vorwürfen. Also vielleicht bei dieser Location, keine Ahnung, ob es zu diesem Event verschiedene Vorwürfe gab. Aber es gab doch mehr Vorwürfe als nur von Shelby Lin. Die ist ja bei weitem nicht die einzige. Es unter Drogen versetzt worden zu sein, weiter entkräften. Also ziemlich harter Tobak, wenn man da reingeht. Die haben da eine vierseitige Pressemitteilung, die auch mittlerweile 130.000 Menschen gesehen haben. Und ich habe die mir genauer angeschaut, beziehungsweise ich bin die mal mit einem Rotstift durchgegangen und habe die wichtigen Sachen für euch angestrichen, sodass wir da schneller durchkommen. Also Rechtsanwälte von Till Lindemann, da muss man immer ein bisschen unterscheiden, Anwälte von Rammstein und Lindemann. Hier sind die Scherz-Bergmann, dann eben die Anwälte von Lindemann. Sie sagen, noch mal ganz kurz, was ist passiert. Shelby Lin behauptet, K.O.-Tropfen gegeben zu sein. Die Medien berichten, Rammstein oder beziehungsweise die Band, beziehungsweise der Till Lindemann, lässt Frauen betäuben, um ihm dann zu ermöglichen, Sex mit ihnen zu haben. Und das hat auch der Spiegel so berichtet. Shelby Lin hat dann am 23.05., also ziemlich genau vor einem Jahr, das war glaube ich einen Tag nach dem Konzert, in Vilnius Anzeige erstattet. Genau, also wichtig, nur weil es vielleicht keine Anzeige gegeben hat, also ich weiß nicht, ob es Anzeigen gab, das weiß ich nicht, ich weiß aber, dass es Vorwürfe gab. Ja, also nur weil es keine Anzeige gegeben hat, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass da nie was passiert ist. Das ist ja besonders bei sexuellem Missbrauch immer eine höchst prekäre Sache. Viele Frauen trauen sich vielleicht auch nicht zu sprechen oder haben Angst oder dürft ihr nicht vergessen, Chad. Ja, dann einen Monat später wurde das Ermittlungsverfahren von der Polizei in Vilnius eingestellt, keine Beweise. Und jetzt kommt es, was neu ist, nach den Anwälten von Scherz Bergmann. Sie sagen, die Polizei in Vilnius hat jetzt uns, oder beziehungsweise der Anwalt von Lindemann in Litauen, hat uns jetzt die Ermittlungsunterlagen gegeben von der Polizei. Und da hat die Shelby Lynn damals ausgesagt, einen Tag nach dem Konzert, nach allen eigenen Angaben hat die Antragstellerin, also Shelby Lynn, während des Konzerts verschiedene alkoholische Getränke konsumiert. Kommen wir gleich drauf zu, weil dazu sagt sie auch was im neuen ARD-Podcast. Herzdame, danke für dein Follow und das erste Mal im Chat. Moin, was geht? Wie bist du auf meinen Kanal gekommen? Schön, dass du dabei bist. Ein Cocktail aus Wodka und ein Energy Drink, ein Schaumwein, Prosecco sowie Tequila. Und dann, auch wenn sie nicht gesagt hat, welche Mengen es waren, es waren jedenfalls erhebliche Mengen Alkohol. So und daraus sagen jetzt Scherz Bergmann, anders als Shelby Lynn, das in den Social Media Netzwerken behauptet hat, war sie stark alkoholisiert aufgrund von Eigenkonsum. Mit anderen Worten, sie sagen, seht mal, sie hat ja selber in den Polizeiakten gesagt, sie war schon besoffen, wenn man es jetzt einfach unterbricht, ja. Und kein Wunder, dass sie am nächsten Tag nicht mehr wusste, wo oben und wo unten war. Und aus den Umständen, und jetzt wird es spannend, weil da gebe ich euch gleich eine gegenteilige Ansicht. Da sagen jetzt die Anwälte in ihrer Pressemitteilung, aber ich werde gleich einen Gegenbeleg quasi bringen, aus den Unterlagen ergeben sich das Weitere, dass Shelby Lynn vor oder während des Rammstein-Konzert Cannabis zu sich genommen hat. Also dick und fett und unterstrichen, hey, sie hat Cannabis zu sich genommen. Und dann zitieren die aus dem Einstellungsbescheid der Polizei in Litauen. Ja, die Rettungssanitäter kamen dann am nächsten Tag. Sie wollte, dass die einen Drogentest durchführen. Die Rettungssanitäter haben dann gesagt, so ein Drogentest, der kann nur von der Polizei angeordnet werden. Gehe aber in die Apotheke und kauf die ein. Ja, das war doch so, dass die Polizei dann gesagt hat, pass auf, reich uns den Drogentest dann ein oder beweist es uns. Und sie hat es dann nicht getan, ne? Ja, also in diesem Fall sprechen halt echt ganz, ganz viele Beweise gegen diese Shelby Lynn. Machst du nachher der Polizei, was der Drogentest gebracht hat. Sie ist dann, eine Zeugin ist dann gegangen, hat Drogentests gekauft. Und die Zeugin hat nachher zu Protokoll gegeben, Shelby... Und war die Zeugin nicht die Freundin oder so? Das ist ganz wild. Wird er uns gleich vielleicht noch erzählen. Shelby Lynn sei negativ auf Drogen mit Ausnahme von THC angeschlagen. Das heißt, der Drogentest hat ergeben, die hat nur Cannabis konsumiert. So und daraus jetzt hier dick die Unterschrift von Scherz Bergmann. Ha, das zeigt doch, dass sie eben nicht gespiked worden ist. Das zeigt doch, dass die Erinnerungslücken, die Shelby Lynn hatte, nur deswegen waren, weil sie selber viel Alkohol getrunken hatte und selber viel Cannabis genommen hatte. So viel erstmal dazu. Wir gehen gleich noch auf den zweiten Teil an. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was denn Shelby Lynn dazu sagt, zu diesen Erinnerungslücken. Und ob sie wirklich in den sozialen Medien bestritten hat, so viel getrunken zu haben, das müssen wir jetzt mal analysieren. Also hier ist der Internetaccount auf X von Shelby Lynn. Hat mittlerweile 11.000 Follower. Also immer wieder berichtet sie auch über Rammstein. Immer noch Chat oder sind das alte Beiträge von ihr? Warte, warte, der neueste ist vom 25. Mai 23? Oder wie sehe ich das? Ach nee, das ist nicht chronologisch, oder? Ist nur angeheftet. Der letzte aber irgendwie auch trotzdem von 23. Auf X von Shelby Lynn hat mittlerweile 11.000 Follower. Also immer wieder berichtet sie auch. Oder hat sie, ist das ganz alt alles? Auch über Rammstein. Das war natürlich die entscheidende Thematik der letzten Jahre für sie. Und was man sich natürlich jetzt schon fragen kann, klar hat sie Erinnerungslücken. Erklärt natürlich nicht so ganz, wie sie mit solchen blauen Flecken aufgewacht sind. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Also wirklich ganz schwierig. Ja, guck mal. Das beweist halt auch relativ wenig, ne? Also wenn du mit so blauen Flecken aufwachst, okay, krass. Da ist sicherlich irgendwas passiert. Aber den ersten Gedanke, den ich jetzt da habe, wenn du bei einem Konzert vielleicht ganz vorne stehst und ständig von hinten gedrückt wirst und mit deinem Becken oder, keine Ahnung, dem Bauch der Seite immer gegen diese Metallpoller knallst. Ich hatte bei einem Konzert auch mal blaue Flecke. Also bei weitem nicht so groß und nicht so ausgeprägt, aber an der gleichen Location. Es beweist nichts. Ich möchte weder sagen, dass sie lügt, noch dass sie die Wahrheit sagt. Keine Ahnung im Prinzip. Wir wissen es nicht. Das müssen wir auch festhalten. Aber das ist halt, naja, nichts sagend im Endeffekt. Ist nach dem Konzert, ja. Also die hatte sie ja damals unmittelbar dort fotografiert. Egal, ob sie sich selbst betrunken hat oder nicht. Das ist jetzt der Podcast, dieser große Podcast vom NDR und der Süddeutschen recherchiert. Row Zero heißt der. Oh, das ist relativ neu, ne? Von vor. Also wir nehmen die Reaction am 20. auf und das ist vom 15. Okay, krass. Und jetzt ist der zweite Teil unter der Bühne. Und da kommt Shelby Lynn zu Wort. Und sie sagt selbst dort, was sie getrunken hat. Also da hören wir mal rein. Irgendwann kommt Till Lindemann dazu. Sie gießt sich einen kleinen Wodka ein mit einem Energydrink. Später ein Glas Prosecco. Till Lindemann verteilt an alle noch einen Tequila-Shot. Es könnte auch ein Tequila-Prosecco-Mix gewesen sein, sagt Shelby. Halb sechs war es dann etwa. Also insofern stimmt das ja, was Scherz Bergmann in der Pressemitteilung sagt. Hier sieht man, was sie getrunken hat. Aber sie sagt eben nicht, dass sie das vor dem Konzert getrunken hat. Ey, Pixel-Party wieder am Start. Das freut mich. Lang nicht mehr von dir gelesen. Hat für einen Monat auf Vereins gesuppt. Einfach den vierten Monat. Willkommen. Dankeschön fürs erneute Subben. Hilft mir auch bei meinem Sub-Ziel. Wer es nicht weiß, ganz kurzer Einschub. Ich versuche ja über drei Monate die 100 Sub-Punkte zu erreichen. Und mit jedem selbst gekauften Sub unterstützt man mich da. Also vielen Dank für diejenigen, die im Prinzip mir die Möglichkeit geben, als Dreamer so ein bisschen mein Geld zu verdienen. Also Kuss geht raus. Dankeschön. Sondern in dem Podcast ist es alles etwas, was ihr dort kredenzt worden ist. Was ihr also dort gereicht worden ist. Und sie hat es dann angenommen. Also das sind noch keine K.O.-Tropfen. Sondern ihr ist etwas an Energydrink gegeben worden, was sie dann getrunken hat. Mehr hat Shelby an dem Abend nicht getrunken. Mehr war es nicht. Also so richtig viel ist das natürlich noch nicht. Um dann vollkommen Erinnerungslücken zu haben. Nicht mehr zu wissen, was in der Nacht passiert ist. Und ob das jetzt schon den Vorwurf, entkräftet gespiked worden zu sein, weiß man nicht. Sie erinnert sich dann allerdings noch an Folgendes. Noch bevor die Erinnerungslücken losgehen, dass sie nämlich unter der Bühne war. Nicht genau wusste warum, als dann Deutschland lief. Da ist ja mal eine Pause bei Rammstein-Konzerten. Und dann kam Till Lindemann runter. Und sie hat dann nach direkt. Ja, also das mit den Getränken, das beweist eigentlich nichts. Weil es gibt auch viele, sie soll ja auch Gras konsumiert haben, also geraucht haben. Viele haben nach einem Konsum von Gras zum Beispiel auch Erinnerungslücken. Ja, da kannst du den Alkohol auch komplett aus dem Balk lassen. Viele Menschen, und ich glaube, ich würde dazu zählen, also ich konsumiere das alles nicht, weil ich brauche das nicht. Ja, ich konsumiere nur Holy, ihr wisst Bescheid. Aber wenn ich zum Beispiel Gras konsumieren würde, mein Körper würde eskalieren, weil ich einfach nichts gewohnt bin. Und es kann dann sein, dass ich nur aufgrund dessen auch Erinnerungslücken habe. Von daher finde ich, Beweis ist relativ wenig. Frage aus dem Chat. Hast du Neuigkeiten zum Lego, beziehungsweise du meinst Klemmbausteine-Set? Ja, Donnerstag startet die Kampagne. Die Crowdfunding-Kampagne. Aber dazu werdet ihr noch Neuigkeiten hören. Wir können gleich drüber quatschen, Chat. Es gibt bald ein Klemmbausteine-Set von mir. Donnerstag startet da die Promotion. Das Sex, sie wollte keinen Sex, sie dachte, Sex ist etwas sehr Besonderes für mich. Und danach hat sie direkt diese Aufnahme angefertigt, die der NDR hier nochmal präsentiert. Das heißt, das ist sehr, würde ich sagen, sehr authentisch, weil die Aufnahme direkt danach angefertigt worden ist, nachdem sie unter der Bühne während des laufenden Konzerts den Sex verweigert hat mit Till Lindermann. Also sie sagt, Sex war sehr speziell, sie hat es abgelehnt, ist noch völlig fasziniert, dass Till Lindermann, ein bisschen fasziniert würde ich auch fast sagen, dass Till Lindermann Sex mit ihr wollte, aber sie hat dem Stand gehalten und keinen Sex unter der Bühne gemacht. Okay, so weit, so gut. Aber ey, das ist Original-Chat ohne Witz. Dieser Till Lindermann, der ist doch überhaupt nicht attraktiv. Macht man das dann nur, also es gibt bestimmt Menschen, die das dann freiwillig machen, macht man das dann nur, weil er eine bekannte Person ist, weil er Sänger oder ein Star ist? Also, Leute, der Typ ist alles aber nicht attraktiv, wirklich. Kann man jetzt erstmal nichts gegen sagen. Irgendwie war eine komische Situation, sie war angetrunken unter der Bühne, aber da hat sie den Sex ja noch abgelehnt. Aber dann das Schlimme war quasi die Nacht nach Rammstein, als sie nämlich mit diesen blauen Flecken aufgewacht ist. Also, da hat sie jedenfalls die blauen Flecken auf Rammstein zurückgeführt. Aber sie hat auch immer wieder gesagt, so ganz genau weiß ich nicht, wie das gekommen sein kann. Und jetzt kommt eigentlich der... Ja, das war auch sehr, sehr schwierig, Chad. Also, wenn man sagt, das ist von Rammstein, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich von Rammstein ist. Ey, das ist sehr, sehr schwierig, wirklich. Weil, wenn du jemanden so krass beschuldigst, dann solltest du auch wenigstens wissen, ob das richtig oder falsch ist. Weil, stellt euch mal vor, ihr werdet zu Unrecht beschuldigt. Ihr habt jemanden, keine Ahnung, geschlagen oder whatever, noch schlimmer. Ja, keine Ahnung, das ist schwierig. Ein sehr entscheidender Teil, denn es wurde auch ein Drogentest angefertigt. Und was bei diesem Drogentest rausgekommen ist, das hören wir hier bei Minute 27. Da schauen wir auch mal rein. Da ist was zum Drogentest gesagt worden. Soweit deckt sich ja alles mit der Pressemitteilung von Scherz Bergmann. Von chemischen Substanzen keine Spur. Nur ein erhöhter THC-Wert kommt raus. Scherbys Anwalt sagt später, der Cannabiskonsum habe über eine Woche zurückgelegen. Also das ist doch spannend. Sie hat einen Drogentest gemacht, nur THC. Und das sagt sie ja im Podcast hier. Das heißt, das ist jetzt öffentlich, das ist gar nicht erst durch den Twitter-Account von Scherz Bergmann rausgekommen, sondern sie hat es im Podcast gesagt, der Anwalt sagt auch, ja, es war tatsächlich nur THC. Da waren keine K.O.-Tropfen. Ja, also wenn man das nicht nachweisen kann, was machst du da mit der Information? Dann kannst du deine Anschuldigung eigentlich fallen lassen. Also die Hauptanschuldigung ist ja auch, dass sie gespiked worden ist. Also dass sie quasi illegale Substanzen eingeflößt bekommen hat, ohne es zu wissen. Aber wenn du dann einen Drogentest machst und es ist alles negativ, dann war es ja obviously nicht so. Bei dem Drogentest und... Die bauen sich schnell ab, aber einen Tag später kannst du die noch nachweisen. Ja, dann... Safe, safe. Allerdings sagt der Anwalt, eine Woche vorher hat sie THC konsumiert und nicht während des Konzerts. Und habe also keine Auswirkungen auf ihre körperliche Verfassung an dem Abend gehabt. Wir halten also fest, es ist tatsächlich so, dass die Anwälte von Till Lindemann jetzt aufgrund der Ermittlungsunterlagen, die sie aus Litauen bekommen haben, in den Raum stellen. Die hat ja auch krass was getrunken, war wahrscheinlich besoffen, hat dann noch gekifft. Kein Wunder, dass sie Erinnerungslücken hatte, woher die blauen Flecken kommen, wissen wir ja nicht. Aus diesem Podcast geht sie ja genau hervor, sie hat ja irgendwie ein Prosecco, ein Tequila und noch was Drittes, mehr hat sie nicht getrunken und die Drogen waren eine Woche vorher. Das heißt, so simpel, wie es in der Pressemitteilung ist, ist es dann offenbar nicht. Und man sieht jetzt hier, dass es durchaus auch noch eine gegenteilige Ansicht gibt, die in dem Podcast dargestellt wird. Guck mal, Nomos schreibt, die Nachweisdauer beträgt im Blut nur circa 6 Stunden, im Urin circa 8 bis 12 Stunden nach Konsum. Okay, krass, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte das jetzt länger vermutet. Jetzt ist die Frage, 8 bis 12 Stunden, passt das noch in dem Zeitrahmen? Also wenn sie abends das bekommen haben soll und vormittags den Test gemacht hat? Ja, sehr gut, dann ist es natürlich schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, es ist noch länger nachweisbar. Wir wissen, Test war in derselben Nacht, ja, dann müsste es ja passen, genau. Auch nicht, was passiert ist. Man sieht nur, die Wahrheit ist immer schwer herauszufinden bei solchen Sachen, wo nur zwei Menschen dran beteiligt waren. Das ist der eine Komplex. Da geht es also darum, wie zurechnungsfähig war überhaupt Shelby Lindemann und wie sehr konnte sie die Erinnerungslücken jetzt auf den eigenen Konsum von Alkohol zurückführen und inwiefern ist ihr noch was reingeträufelt worden? Fakt ist allerdings, das muss man auch sagen, bei dem Drogentest sind keine K.O.-Tropfen gefunden worden. Ich weiß allerdings auch nicht, was das für ein Drogentest war, den sie in der Apotheke gekauft hat. Ob das einer war, bei dem man auch auf K.O.-Tropfen analysiert hat oder nicht, dazu ist jedenfalls hier nirgendwo etwas gesagt worden. Das war der erste Teil, den die Anwälte von Scherz Bergmann zunächst einmal recht verdächtig fanden und gesagt haben, ja, also ob das, was die Shelby Linda so sagt, alles so in Ordnung ist, wir wissen es ja nicht. Und jetzt kommt noch ein sehr spannender zweiter Teil. Der richtet sich so ein bisschen gegen den Spiegel. Ihr wisst, dass der Spiegel auch eine Riesen-Story hatte über Rammstein und Till Lindemann und mit einer der umfangreichsten Geschichten überhaupt hatte. Und da läuft gerade ein Hauptsacherverfahren in Hamburg. Das heißt, das ist auch noch nicht beendet. Die kämpfen gerade noch, was behauptet. Also ich kenne mich jetzt mit K.O.-Tropfen Gott sei Dank nicht so gut aus. Es gibt wahrscheinlich auch, wie auch Pixelparty sagt, verschiedene Sorten, nehme ich an. Ich kann es euch nicht zu 100 Prozent sagen, ob die alle auf einem gleichen Wirkstoff basieren. Und es ist ja wirklich interessant zu wissen, was war das für ein Test? Kann der Test genau diese K.O.-Tropfen identifizieren? Hat sie diesen Test auch richtig durchgeführt im angegebenen Zeitrahmen? Aber da sind ja auch sehr, sehr viele Fragen. Also nur, weil der jetzt negativ ist, kann man nicht zu 100 Prozent davon ausgehen, dass es nicht passiert ist. Weil die Fehlerquelle oder die Fehleranfälligkeit vermutlich relativ hoch sein könnte. Wie gesagt, ich weiß es nicht 100 Prozent. Wäre mal interessant, wenn das jemand weiß, ob es da verschiedene Wirkstoffe gibt. Aber ich nehme es mal an. Was behauptet werden darf, was nicht behauptet werden darf. Auf alle Fälle gab es im Spiegel eine Frau namens Zoe. Zoe war auch am Konzert in Vilnius, hatte Sex mit Lindemann. Und Zoe hat unter anderem, beziehungsweise der Spiegel hat den Verdacht erhoben, unter Berufung auf Aussagen von Zoe, dass Menschen dort mit K.O.-Tropfen oder Alkohol betäubt worden seien, um sexuelle Handlung vornehmen zu können. So, jetzt wird darum gestritten, Rammstein bzw. Lindemann will sich das nicht gefallen lassen, Scherzbergmann erwirken, Verfügungen gegen den Spiegel. Und in so einem Gerichtsverfahren werden dann eidesstattliche Versicherungen vorgelegt von den Betroffenen, um quasi sowas wie Beweise zu bringen. So, und da gibt es eben auch eine eidesstattliche Versicherung von Zoe. Und aus der eidesstattlichen Versicherung ergibt sich, dass Zoe zufällig genau die Frau ist, die den Drogentest für Shelby Lynn besorgt hat. Und jetzt gucken sich die Anwälte genauer an, was steht da eigentlich in der eidesstattlichen Versicherung. Sie gucken sich die Schilderung an und dann sehen sie die letzten Sätze auf Seite 5. Und die letzten Sätze auf Seite 5 heißen hier, The ambulance called the police.a. Ja, stimmt, da fing quasi ein neuer Satz an, aber das war vorbei. Also die eidesstattliche Versicherung war dann zu Ende. Also a ist sozusagen der Anfang eines neuen Satzes. So, okay, denken Sie, a so und so came or whatever, ja, also irgendwas kann dann da kommen. Irgendwas müsste ja dann kommen. Da steht jetzt in a. Ja, das ist auf Seite 5. Jetzt gehen die auf Seite 6 der eidesstattlichen Versicherung und da ist die Unterschrift. Das heißt, eigentlich hätte jetzt hier, als die Notärzte, die Polizei gerufen haben, dann auch kommen müssen, ja, man wollte einen Drogentest haben, ich habe selber den Drogentest besorgt und das scheint allerdings in der eidesstattlichen Versicherung, die der Spiegel vorgelegt hat, komplett zu fehlen. Ja, und warum auch immer, obwohl die Seitenzahlen 5 und 6 identisch sind beziehungsweise aufeinander folgen. Also das ist doch kurios. Und daraus zieht... Das ist wirklich ultra kurios. Amariel, moin, was geht? Erstmal im Chat. Schreib gerne mal rein, wie du auf meinen Stream gekommen bist. Schön, dass du dabei bist. ...ziehen jetzt die Anwälte von Till Lindemann zwei verschiedene Varianten heran. Und sie sagen, entweder die Zeugin hat die Versicherung irgendwie so aufgesetzt, dass relevante Sachen unterschlagen worden sind. Das wäre dann ja eine schlimme Sache, ja, das kann man ja nicht sagen. Man kann ja nicht nur die Hälfte erzählen in seiner eidesstattlichen Versicherung. Oder nachträglich sei das Ganze von Dritten manipuliert worden. Von wem auch immer, vom Spiegel, von wem auch immer. Ja, also von vielen könnte das nachträglich manipuliert worden sein. Und dann hat man eben Seiten ausgetauscht, Seitennummern entfernt. Das sind jetzt sozusagen die Dinge, die hier in Betracht kämen. Das sind schwerwiegende Vorwürfe. Wollen wir auch mal einen Blick reinwerfen, was das dann rechtlich bedeuten würde, wenn man hier entweder eine falsche Versicherung an Eidesstatt abgibt, ja? Genau das hat mir beim Rechtsanwalt Boos gefehlt. Weil ich hatte in meiner letzten Reaction beim Anwalt Boos gesagt, dass ich denke, dass man dann in den Knast gehen kann, wenn man eine eidesstattliche Versicherung abgibt und man hat gelogen. Mal gucken, was jetzt wirklich so ist. Ob das jetzt falsch ist, wenn man was unterlässt, würde ich jetzt mal sagen, eher nicht. Ja, ansonsten ist das eine Straftat mit bis zu drei Jahren. Schwieriger allerdings wird es schon, wenn jetzt die zweite Variante in Betracht käme und die Urkunde, denn so etwas ist eine falsche eidesstattliche Versicherung, gefälscht worden wäre, verändert, Seitenzahlen verändert, was rausgenommen. Dafür könnte man bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Also da wird dann wirklich ein ganz, ganz heftiger Verdacht von Scherz-Bergmann in den Raum gestellt, dass hier nachträglich von wem auch immer, die sagen extra nicht von wem, manipuliert worden ist. Das sind da schon Dinge. Also bis zu fünf Jahre oder Geldstrafe, das ist schon heftig. ...die ja sehr strafrechtlich relevant sind. Übrigens, ganz kurz noch der Hinweis, Twitter-Daten-Lag habe ich euch gerade gezeigt. Für diejenigen, die ein bisschen mehr... Da war ich übrigens betroffen vom Facebook-Daten-Lag. Also wir skippen das jetzt einmal, aber gönnt euch. Also scannt auf jeden Fall den QR-Code hier, weil wenn ihr betroffen seid, könnt ihr da wirklich Geld zurückverlangen. Also es ist eine Win-Win-Situation. Gut, auf der einen Seite heißt es, letztlich genauso in dem Podcast gesagt worden, vom NDR und der Süd... Hey, wann ist denn die Werbung hier vorbei? Das ist dann am Ende dabei rausgekommen aus dieser Pressemitteilung, die über 100.000 Menschen gesehen haben. Gut, auf der einen Seite heißt es jetzt, K.O.-Tropfen sind nicht gefunden worden im Drogentest. Das ist aber nichts, was jetzt seit der Pressemitteilung bekannt wäre. Das ist letztlich genauso in dem Podcast gesagt worden, vom NDR und der Süddeutschen. Könnt ihr euch in der ADD-Mediathek anhören, habe ich unten nochmal verlinkt. Und das andere ist, dass tatsächlich, und das muss ich sagen, ist schon komisch, die eidesstattliche Versicherung irgendwie kurios ist, dass die irgendwo am Ende abgeschnitten ist. Da fehlt vielleicht was. Vielleicht wollte man nicht, dass man da liest, Shelby Lynn hatte einen positiven Drogentest auf THC. Weil, dass sie jetzt nicht mit THC in den Zustand der Bewusstlosigkeit und des Vergessens versetzt. Also, meint ihr, Chat, das wäre mal interessant zu wissen, was ihr denkt, meint ihr, man hat da was manipuliert und rausgelassen? Oder war das wirklich ein Fehler? Also, wenn ich jetzt auf meine Tastatur gucke, so die Umschalt-Taste ist ja relativ nah an der Caption-Taste und die ist wieder relativ nah an der A-Taste. Vielleicht hat man auch beim Tippen irgendwie, naja, man wollte Umschalt drücken, hat aber so krass gefettfingert, dass man irgendwie das A mitgedrückt hat? So, I don't know. Vielleicht gehört das A einfach nicht dahin und es ist ein Fehler. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht, kann ja sein. ...gesetzt worden ist, das dürfte wohl klar sein. Andererseits muss man auch sagen, ja, dass dort Alkohol gereicht worden ist, das ist klar. Aber ob diese Mengen Alkohol, die da beschrieben worden sind, schon ausreichen, dass man kompletten Filmriss hat, wage ich ehrlicherweise zu bezweifeln. Auf der Tastatur abgerutscht, ja, keine Ahnung. Aber wenn da nur ein Buchstabe ist, so Punkt, und dann kommt A, ja, vielleicht ist es wirklich einfach ein Fehler. Das ist natürlich dann doof, sollte einem Anwalt nicht passieren, aber das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich ein Anwaltsschreiben lese, wo mir ein Fehler auffällt. Das wäre nicht das erste Mal. Zumal sie ja sich noch sehr genau erinnert, was in der Box unter der Bühne passiert ist. Also, ja, insofern können wir sicherlich hier feststellen, dass die Aufarbeitung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Es gibt ja noch dieses große Hauptsacheverfahren gegen den Spiegel. Da wird noch mal einiges auf den Tisch kommen. Das gucken wir uns hier auch noch mal an und werden das hier auch analysieren und beleuchten. Bis dahin macht Rammstein weiter. Konzerte sind weiter ausverkauft. Beste Stimmung auf den Konzerten. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen, ich meine, letztlich alle Verfahren gegen Till Lindemann sind eingestellt worden. Es gab wenige Frauen, Betroffene, wenn überhaupt es welche gab, die Anzeige erstattet haben. Ich meine, die Anzeigen kamen alle von Dritten. Also, insofern muss man auch sagen, ja, aktuell, die Medien spekulieren gerade über ganz andere Dinge, kann ich euch auch noch zeigen. Nämlich darüber, wer ist denn aktuell die Freundin von Till Lindemann? Das sind so eher die heißen... Wow, ernsthaft? Oh mein Gott, zwei Tage alt. Ja gut, Promiflash. Bruder, also, wer interessiert sich denn dafür? Das hat mich schon immer gefragt. Wer guckt zu Sendungen wie exklusiv oder Promiflash? ...Themen, die die Medien haben, entweder sie hier, Lea-Sophie, oder die aus Frankreich, Joelle-Marie. Die eine ist 20, die andere ist 22. Das sind so die Dinge, die die Medien gerade interessieren. Das heißt, ja, froh, ich wird es da um den Till Lindemann auch nicht. Aber gut, das ist sicherlich auch was Besonderes, wenn man sich immer rund 40 Jahre ältere, jüngere Freundinnen aussucht. Aber das ist ja jedermanns Sache. Und wenn die Mädels das wollen und wir sagen, dass alles einvernehmlich ist, dann, ehrlicherweise, kann man da wieder nichts gegen sagen. Es ist verdammt schwierig, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Ich kann mich nicht für die eine oder die andere Seite großartig erwärmen, weil ich nicht genau weiß, was da zwischen denen vorgefallen ist. Verwunderlich, das habe ich schon mal hier gesagt, ist es natürlich, dass es einfach nicht mehr Strafanzeigen von Frauen gegen Lindemann gibt. Tja, das hat mich gewundert und das muss man einfach akzeptieren. Und alles, was da an Anzeigen gab, ist eingestellt worden. Eure Meinung interessiert mich unten in den Comments. Ja, gutes Video, gute Zusammenfassung. Diesen Podcast von der Süddeutschen und dem NDR kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Und ich finde auch die Einschätzung von Christian Solmecke immer sehr gut. Im Prinzip kann man sich ja wirklich keine Meinung bilden, weil wir es nicht genau wissen. Da Bernd, nochmal zum Ende der Reaction mit 500 Bits. Warum bist du immer so krass großzügig? 100 hätten es auch getan. Danke für 500 Bits. Unterm Strich können wir uns kein genaues Urteil bilden, weil wir es nicht genauer wissen. Was ich aber sagen kann, ist, dass nur weil es keine Anzeige gab, heißt das nicht automatisch, dass keine Frauen betroffen waren. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like auf meine Reaction da und abonniert sehr gerne. Wir sind kurz vor den 6000. Vielleicht haben wir es nächste Woche schon geschafft. Also, würde mich freuen, wenn ihr mich supportet. Kostet euch auf jeden Fall auch nichts. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Und tschüss.